ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Der Timmy, unser Schlagzeuger jetzt, der heute in Chicago spielt bei einer Band mit, der heißt Willie Kent and the Chance. Und den Bandleader haben wir hier, das ist der Willie Kent himself. Er spielt Bass und singt Mr. Willie Kent! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mr. Willie Ken!